Aber Karsten, weißt du, das soll ja Spaß machen. Ich tryharde nicht, ich tryharde nicht. Ich schon, also ich werde euch richtig fertig machen, Leute. Mit einem Brand New Parts, Alter. Hey, das ist doch nur ein Generator, Junge. Auch das Offering hier mit dem Ast, das ist auch von mir. Auch tryhard. Was macht das? Das macht die Haken weiter auseinander. Ah, deswegen hatte ich mal Probleme, welche zu finden. Was ist mit dem, Junge? Was denn? Das ist eine gute Übung für Dima auch. Wenn der andere ist, ist der jetzt kein Killer. Ja, aber das ist auch eine gute Übung für Julian, der hat schon ewig kein Killer mehr gespielt. Er soll wissen, wie die harte Welt ist, oder? Ja, wenn du gleich Killer spielst, ne? Du willst wissen, wie die harte Welt ist? Ich zeig sie dir. Newton, mein Junge. Das Einzige, was hart ist, ist das Messer deinem Rücken, Junge. Oder der hat die Hände auf deine Schulter. Also ganz ehrlich, ihr könnt auch gegen Mitch Fires spielen. Oh, ich hasse diese Map, die Scheiße. Also, ähm... Das ist meine letzte Runde, ne? Brand-new-parts! Oh, der Doktor! Oh, no! Ist das das? Äh, das wird witzig. Ihr seid so Schocktherapie. Gott, hab ich gerade erschrocken! Oh, da kommt jemand von hinten! Ah! Oh, hallo! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Nee! Okay, bin ich gerettet. Uh! Nein! Du sch... Sorry, lieber! Du oder ich! Dauerhaft, ich pöken, schicken! Eigentlich war das mehr ein ich oder ich lass dich hängen. Oh nein, das ist immer noch hinter mir her! Ja, du hättest es ja auch verdient. Ey, was soll das? Da ist immer noch hinter mir her, Mann. Ich hab's geschafft! Du bist der Einzige, den ich gerade sehe, also... Ich führ dich zu den anderen! Fuck, ey, das ist nett! Ey, der schmiert wirklich ab! Der schmiert wirklich ab! Ich führ' einfach die ganze, diese Entladung, Junge! Brumm! Brumm! Junge! Oh, Sven ist jetzt komplett... ...Geistesgeschritt! Oh, ich hab sie gepaart! Sven, ne alte 3 Jahrhaut! Nein! Hab' mich abgelassen! WIIIIINNNNNNNN! Das macht doch kein Sinn, Alter! WIIIIINNNNN! Wer ist WIN? Ich! Ich, also... Sied er das nicht, wenn wir diese Generatoren gemacht haben? Doch, aber der ist eh hinter Sven gerade.. Nö Ich? Er hat aufgeh.. ich hab gesagt, ich hab gewonnen Tim, er hat gewonnen, aber ich heil sich trotzdem Ich steh, der ist hinter uns. Iiiiih Iiiihihihihihihihihihihihi Ausschwärmen Oh nein, er jagt mich jetzt Ah, er sieht keine Ahnung, ich folg Fußspuren Oho, Fußspuren! Huh, Fußspuren? Fußspuren? Nicht mehr laufen, ich geh schon Lass ihn Scheiß! Niemals! Oh shit, ich hab ihn voll erschrocken. Oh du Elender. Oh. Marcarina. Hey. Haha Julian Runde 2. Let's go. Hey. Oh nein, da ist er schon wieder. Hey Hiddick. Yo. Hilf lieber. Pass auf, der ist von mir gespawnt. Ist das normal? Das ist wegen den Covers. Und Deliverance. Und ich bin weg. Warte, ich heil dich. Ich heil dich, Mister. 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 Bleiben sie stehen. Du bist gemeint, Jens. Achso. Jens kann nicht gehalten werden, wenn er nicht gesnappt hat. Ah cool, danke Mr. Flash. Oh, lauf du nah. Oh, leck mir die Eier, Krum. Warum explodiert hier die ganze Zeit alles? Mister Flash? Ich hab ne... Oh, okay, Alter. Oh mein Gott, das tritt... Das war ja nicht, okay. Jetzt seid an, Lucky. Na Baby, willst du meinen 3cm schlagen? Hallo? Im ersten Mal. Ich weiß, ob die jetzt wussten, aber... Ich hab da so ne neue Methode. Die hilft ihnen, äh... Repressionen zu überwinden. Es kribbelt auch ein bisschen. Versprochen. Ist es auch möglich, diese Schockdinger meinen Nippel zu befestigen? Das ist möglich, ja. Geil. Ich nehm gleich 10 Therapiestoff. Jens, bleibst mal stehen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich versuch dir da gerade etwa rauszusnappen. Oh nein, rennen! Ich will nicht von mir geschockt werden. Alter. Das ist jetzt ungünstig. Nein, lass doch... Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nicht nochmal geschockt werden. Ich hab gerade ewig beruhigt. Nein, ich... Ich hab mich gerade eben beruhigt. Die mal Recover machen. Bin dabei. Sehr gut. Guck mal. Da ist direkt ein Haken. Ich hab einen perfekten Ausgang gefunden, Alter. Hey, hallo wieder. Oh, Junge. Was geht? Hallo? Wo ist denn der andere Ausgang? Also dein Ernst? Ne, ne, ne. Wir haben einen dritten Ausgang gefunden. Der ist geheim. Der ist geheim. Achso. Was, du nöt? Fuck für'n Freund. Der kommt. Der kommt, Erik. Der kommt. Hey, ich will nicht nochmal geschockt werden. Oh my goodness. Wir mussten raus. Sven, nur du nicht. Ja. Round. Final round. Final round. Let's go. Final round. Na, gg. Danke Sven. GG, bitte.